Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es den dritten Teil zu meinem Violetta Tagebuch. Und ich würde sagen, wir fangen den auch gleich schon mal an. Auf dieser Seite haben wir als erstes einmal zwei Bilder von Tini und Clara. Hier unten in der Ecke ein Sticker aus der zweiten Staffel mit Vilu. Und hier einmal ganz oben steht Musical of Passion. Auf der nächsten Seite haben wir zwei Sticker aus der dritten Staffel. Einmal mit Vilu und hier unten einmal mit Vilu und Alex. Hier steht einmal V-Lover und Disney Violetta. Auf der Seite haben wir einmal ein Bild aus der zweiten Staffel. Hier an der Seite steht Vilu und dort oben noch einmal V-Lover. Auf der nächsten Seite haben wir einmal eine Violetta Postkarte. Die gibt es oftmals auf der Rückseite von den Zeitschriften. Die ist aus der dritten Staffel. Hier haben wir einmal die Seite zum Film. Hier steht einmal Tini. Und da unten steht Vilu. Hier fangen auch schon die Steckbriefe an. Das ist einmal der Steckbrief von der Schauspielerin von Amber. Dann haben wir einmal den Schauspieler von Milton. Von Priscilla. Von Esmeralda. Von Nazi-Schwester. Dann einmal von Luca. Von Gregorio. Von Mati. Jade. Einmal von Jackie. Einmal von Jackie. Dann von Beto. von Antonio. Von Antonio. Von Antonio. Hier haben wir einmal von Hermann. Von Marco. Von Lara. Von Lara. Dann haben wir hier einmal von Alex. Max. Von Gary. Von Andres. Einmal von Maxi. Einmal von Maxi. Okay. Dann haben wir hier einmal von Nati. von Camila. Von Camila. Von Camila. Von Camila. Von Francesca. Von Frederico. Von Frederico. Auf. Von Ani. Von Fran. Von Angel. Von Ani. Von Camila. Von Google. und zuletzt von Diego. Kommen wir nun zur letzten Seite. Die sieht so aus. Hier haben wir einmal ein Bild von Diego und Clara. Hier haben wir einmal Diego aus der dritten Staffel und Angie aus der dritten Staffel. Dann steht hier noch ganz oft Violetta und der End of the first book. Weil das das erste Violetta Buch ist, das ich angefangen habe. Und ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.